Hallo und willkommen zurück zu Serious Sam 3 mit Bex und Lori. Schön, dass ihr euch wieder hertraut. Wir spielen das Level gestoßte Flügel und es wird nicht gestorben. Das sagst du jetzt. Ja, wir geben unser Bestes. Mal abwarten. Aha, dann geben wir da mal hin, was? Oh, wir haben ja die Karte anziehen. Sehr schön. Jetzt nicht mehr. Na gut, wir müssen zum Treffpunkt, der irgendwo ist. Ja, ab jetzt spielen wir beide nicht blind. Wir haben beide noch nicht das Level gesehen. Ja. Jetzt mal gespannt, wie es läuft. Jetzt werden wir bestimmt nicht mehr so durchrennen. Bex ist schon wieder in trouble, nein? Ich, ich war es nicht. Hallo? Hier geht's los. Oh, was macht ihr denn alle hier? We like to party. Oh, hi, du kommst von der anderen Seite. So wie sich das in einem Team gehört. Sehr schön, machen wir das. Oh, sie kommt von hinten. Was? Pass auf, da kommt so ein... In den Po. Kann man mal machen. Das muss man schon mal sagen. Munition, schön, immer alles einsammeln. Bex, ne? Natürlich. Was denkst du denn? Gibt's da eine Waffe? Nein. Oh. Ja, also keine neue. Nur Muni. Oh. Oh, 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 ganz viel Stuff. Ich liebe Stuff. Äh. Ja, er liebt dich auch. Oh. Wir werden heiraten. Ähm. Ich hab zum modern. Sieht das hier nicht genauso aus wie, äh... Guck mal. Hä? Hier muss man bestimmt mit dem Hammer durch. Oh, cool. Oh, ein Sofa. Ja, das nehmen wir lieber nicht mit. Sofa. Können wir uns mal ausruhen zwischendurch. Baby. Wenn du das trägst. Nahkampf, nahkampf. Oh, hast du die totgemacht? Ja. Oh, ne? Ich gebe es zu. Guti, guti. Ähm. Wo bist du denn? Bist du da? Hilf mir. Ja, ich bin immer hinter dir. Hilf mir. Uh. Oh. Oh, scheiße. Bist du. Oh, scheiße. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Party hier? Ich seh überhaupt nichts. Das ist nur Nebel. Ja, das liegt Hanf. Was sind die Spucke und Blutfetzen? Ah ja. Äh. Das sieht so aus, dass wir gar nichts. Können wir irgendwelche Augämpfeln ziehen. Oh mein Gott. Ist da jetzt alles tot? Ja. Wow. Sieht ja nett aus. Da steht noch einer. Oh, hier gibt's Sachen. Wie kommt man da rein? Hm. Äh, wie kommt man da rein? Man weiß es nicht. Hm. Ich möchte da rein. Ehh. Boah. Das ist wieder so ein Riesenfiech. Ja, eben noch ein Endboss. Ja, und jetzt schon einfach so im Level. Er hat sich hochgeschlafen. Nein. So wie wir. Oh, ich will auch so einen Machine Gun. Das mache ich auch. Das ist voll unfair. Erkennenwerber und Granaten. Hat er doch gar nicht. Oh, ich brauche, in den hinten geht's rein. Hier ist mein, um da dieses Stuff zu holen. Aber hier ist auch was. Ein Geheimnis. Wow. Oh, hier liegt ganz viel Stuff rum. Extra Life! Tja, jeder von uns hat... Oh, Gegner. Hiiii. Hier ist so ein Skelett. Oh, ich hab doch nur den Hammer in der Hand. Das hast du gut gemacht. Oh, jetzt hab ich eine Errungenschaft. Knochenbrecher. Cool. Mit dem Hammer? Aber da ist doch wieder so ein... Oh. Oh mein Gott. Keine Angst. Wo kommt die denn her? Keine Angst, Schwester. Wir kriegen das. Ich weiß nicht. Kann sein, was das mit dem Hammer war. Ich weiß es nicht. Noch ein Brecher? In einer ruhigen Minute werde ich mal nachgucken. Nachladen. Alles tot. Oh, hier ist wieder das Geheimnis. Möchtest du das einsam... Achso. Hä, da war doch mehr als nur ein Mülleimer. Hallo, Babys. Wie geht's denn so? Ich kann kein Pau. Ähm. Ich seh gar nichts. Es ist zu dunkel hier. Oh, nein. Das ist so geil, wenn er die dann alle mit in den Tod reißt. Ja, wenn. Was war denn das? Hinter dir. Der fällt mir vorbei. Hinter dir. Hier gibt's gar nichts. Hier ist nur überall Müll. Das ist Kairo. Es scheint so. Hier, da ist wieder so ein dickes Ding. Oh, wie schon mal ist es? Ist es? Wo bist du? Don't have a party without me. Hast du das auch gehört? Hm. Dann hat er das nur bei mir gesagt. Ja, dann mach mal Party mit ihm. Alleine. Oh, hier ist ein Schatz. Was denn? Ich muss jetzt mal wieder zurück, oder wie? Keine Ahnung. Oh, hier ist auch noch was. Ich muss nicht mit vielen Füßen finden. Ja, für die Party. Bist du sicher, dass wir hier wieder zurück müssen? Nee. Das war da schon richtig. Okay. Okay. Sonst wäre hier doch nicht so viel Action gewesen. Diese Kairo-hafte Musik. Ja, aber warum geht's denn hier durch? Wo war dein Haus? Man weiß nicht. Meinst du, gegen Stahl? Nee. Hast du uns raus? Hätte ja sein können. Oh, aber hier kann man lang. Toll. Bist du da schon hochgegangen jetzt? Warte, ich muss noch was einsammeln. Nee, wo denn? Nein, da wo wir versucht haben, den... Ach, da. Okay. Ja, lass da mal hochgehen. Das ist so einfarbe ich hier. Das sieht man überhaupt nicht. Echt mal. Oh, hier ist ganz witzig Duff. Gott, ich werde mich in diese Frau. Hier kann man schon raus. Wollen wir? Ja. Ja, ich bin immer hinter dir. Okay, dafür müssen wir mal rein. Oh, er hat seine Freundin mitgemacht. Oder sein Bruder. Oder seine Schwester. Oder seine Mama. Oder... Wo ist das andere noch da? Der ruht sich noch aus. Das wird dir nicht benutzen. Oh, bist du gestorben. Nein. Ich bin ja immer noch nicht gestorben, aber ich glaube, gleich ist es soweit. Ich habe nämlich nur noch elf Helds. Oh. Drei Helds. Okay, ich bin tot. Das hat keiner gesehen. Ich bin so traurig. Das hat keiner gesehen. Du wurdest durchsiebt. Wurdest du eben auch. Ich stand bei dir auch da. Ähm. Ich kann es hören, aber ich sehe es. Boah, geil. Ja, weil ich schon tot. Ich habe sie mir. Das kann ich gebrauchen. Das ist extra live. Hey, das sieht irgendwie süß aus hier. Na, was? Naja. Naja, komm. Besser ist diese dreckig... Oh, nee. Hier schreit es doch schon wieder irgendwo. Oh, hm. Immer noch. Jetzt komm halt, wo bist du denn? Oh, hier. Ich finde es hübsch hier. Ich würde hier wohnen. Das ist ja voll verwirrend hier. Ja, lange müssen wir. Ähm. Ja. Ja, wo bist du denn? Alles gut? Scheiße, scheiße. Wildschatz. Nicht ziehen. Okay, ähm. Oh ja, Hammer, Hammer. Oh, nett, diese Skilett-Dinge. Ja. Cool, ich habe auch einen Heron-Schein. Nachmacher. Kein Problem. Oh nein, da gibt's doch kein Juni mehr. Das ist ja äusendlich. Hallo? Hallo, Moni? Ähm. Sei leise, ey. Was denn? Wo sind wir denn jetzt? Oh, hier schreit es doch schon wieder. Oh, hinter dir. Ah, ah, ah. Ah ja. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Kel, Malheur. Das geht mir gut. Oh, hier sind Donuts. Das hier ist bestimmt richtig. Oh. Nein. Verarscht. Verdammt. Reingefallen. Reingefallen, reingefallen. Alles nur Verarschung. Oh, guck mal hier. Nee, angeschmiert heißt das. Guck mal, der ist zu groß. Der passt nicht durch das... Nein. Der durch. Guck doch mal da rein, Beck. Komm mal zurück. Das ist ja lustig. Nein. Ja, dann soll ich den jetzt alleine erledigen, oder was? Ich bin tot. Man schießt doch hier auf mich. Ach, mach Sachen. Ich bin schon wieder tot, weil du mir nicht hilfst. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Ich habe hier gerade andere Probleme. Komm gleich zu dir, wenn ich den erledigt habe. Ja, mach das. Hier ist das, ey. Da bist du ja wieder. Zin, da hast du so Probleme mit. Hallo, da hinten schau ja auch mal einer. Bist du fies, ey. Wenn ich könnte, würde ich dich jetzt erschießen. Schau mal. Ja, da bist du ja auch gut. Bis.